Feuerio zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Blast of Blast Blast mit Miri. Hallo. 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 Ich höre eine Fledermaus, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Es waren ja jetzt ein paar Tage, wo keine Folgen gekommen sind. Das hing einfach mit gravierenden, lebensverändernden Maßnahmen für mich und Miri zusammen. Was für Maßnahmen? Nein, nicht Maßnahmen, aber hat sich halt in meinem Leben einiges geändert. Was ich aber irgendwann mal gesondert in einem Video erklären werde, hat für euch mit YouTube nur indirekt zu tun. Ich hoffe, YouTube wird da eher positive Aspekte rausziehen und nicht negative. Hallo. Hallo mein Schatz. Hallo. Hallo. Auf jeden Fall ist es so, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen Zeit haben zu produzieren. Hup, ich bin ins Wasser gefallen. Es könnte sein, dass es noch ein paar, ab und zu mal noch ein paar Tage geben wird, wo es nicht jeden Tag kommt. Aber wir sind stets bemüht, das einzuhalten. Und auf der anderen Seite haben wir noch was, nämlich Miri nimmt jetzt auch endlich auf. Ihr müsst also bei ihr auf dem Kanal vorbeischauen, wenn ihr das Ganze halt aus ihrer Perspektive sehen wollt. Damit ihr wisst, was die ständig für eine Scheiße macht hier. Gar nicht. Doch, wir haben ein Wasserproblem. Hatten wir das nicht schon in der letzten Folge gehört? Ich habe jetzt auch ein anderes Problem. Ich will immer mit Shift sprinten, weil Sky Saga... Oh, ja stimmt. Das funktioniert nicht so ganz irgendwie. Du hast Sky Saga gespoilert. Ach man. Mist. Du Experte. Und ich kann auch nicht mal unten durch mein Inventar richtig durchscrollen, weil das ja genau andersrum ist. Das ist gar nicht irritierend. Du hast ja Probleme. Voll nervig. Was stehst du denn da so rum? Ich gucke gerade, was wir als nächstes bauen sollten. Ach so. Ich habe mein... Nein, ich habe das ausgeschaltet. Was hast du ausgeschaltet? Okay. Ich dachte, ich hätte gerade mein UI ausgeschaltet. So, und zwar... Äh, machen wir einfach meine Quests weiter. Ich soll ein Mold bauen. Tschüss. Mold. Wir brauchen Bricks und dafür brauche ich Clay. Und für Clay brauche ich Clay. Sand und Gravel. Sand, Gravel und Dust. Könnte ich hier irgendwas bringen? Tschüss. Du könntest mal ein bisschen am Cobblestone-Generator-Cobblestone sammeln. Oh, ja, super. Wie? Ich will auch immer mit Shift-Sprinten. Was ist das so ein Kackchen? Aber dann schleicht man ja. Das sind irritierend, ja. Ja, ein bisschen. So ganz leicht. Hui. Was habe ich denn in der letzten Folge gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Nee. Ich glaube, ich habe die Mauer gebaut. Stimmt. Du wolltest eine Höre... Du hast die ausgeschaltet draußen. Ja, das geht noch nicht. Wollen wir schlafen gehen? Oh, das ist auch ein nettes Angebot von dir. Ja, natürlich. Komm mit. Komm, lauf vor. Ich folge dir. Schon runtergegangen? Nein. Hallo. Hallo? Ist das hier ihr geheimes... Wo möchtest du? Ja. Ich nehme es hier. In meinem ultraunfähigen Bett. Warum legst du dich denn nicht in dein Bett? Weil da steht... Bett ist ultraunfähig. Ey, was machst du denn da? Iiii. Iiii. Ich habe nur was im Hals. Jetzt sehe ich mich selbst. Was machst du denn da? Hilfe. Warum? Hilfe. Glaube draußen sterben Monster. Was machst du denn da? Ich bin eingesperrt. Kannst du denn nicht mal aus deinem eigenen Bett rausrennen? Westsee. Westsee ist falsch. Ich muss zum Nord... Nein, Ostkoppel. Westsee ist auch der Ausgang aus dem hier. Ja. Auch ein Ausgang. Der Hauptausgang ist, glaube ich... Ich weiß nicht. Woanders. Ja. So, ich brauche auf jeden Fall... Da ist eine Spinne. Sie sieht böse aus. Ich überlege gerade, was ich als erstes mache. Brauche ich erstens eine Schmelze, damit wir Erze besser verbessern... Vermehren können? Besser... Oh nein, jetzt bin ich in meinen eigenen Graben gefallen. Du weißt, dass da noch Monster draußen rum hin. Wo? Hörst du sie nicht? Warum ist die Karte jetzt plötzlich da oben links? Was habe ich getan? Das kann ich dir nicht sagen. Oh, die Wettelmusik ist auch laut. Ja, ich habe es hier. Ich glaube, ich muss sterben. Ich habe irgendwie... Boah, wegen der Spinne, die mich noch nicht mal angegriffen hat. Alles gut, ich habe es überlebt. Du kannst die irgendwie einstellen, die Lautstärke. Ich habe es überlebt, glaube ich. Da-dum, da-dum! Habe ich hier schon alles ausgehoben? Oh mein, ich will nicht stundenlang die Dinger... Warte mal, Miri, du hast doch auch die Quest abgegeben und ziert Briggs gekriegt, oder? Könnte mir gerade mal so ein. Bestimmt. Grout. Ah, man kriegt ja... Ja, man kriegt ja... Ja! Hast du das verstanden? Ja, man kriegt ja... Ja! Ja, man kriegt mal Ja! Ja! 3, 4... Wir brauchen einen besseren Eingang als dieses drüberhüpfen. Ja, wolltest du nicht von einem anderen Bunker einfach die Glasdinger klauen? Wollte ich? Ja, da sind ja keine Monster... Das wollen wir fertig doch, da war ein Skelett! Die Monster sind doch nur in der unteren Etage. Da ist ein Skelett mir entgegengelaufen. Dann töte es. Ich kann es nicht töten. Das ist viel stärker als ich. Ja, schon. Oh, das ist ein Skelett! So ein bisschen. Wie, wie, mehr Mädchen! Das ist ein Skelett! Wie, wie, wie! Wie, wie, mein Blitz! Da hinten war ein Blitz! Ich habe ihn gesehen! Willi, du schützt mich, da war ein Mädchen! Wie, wie, wie! Wie, da war ein Mädchen? Ich soll dich vor Mädchen beschützen? Nein, das weiß ich, was ich sagen wollte. Scheiße. Wenn du das unbedingt machst... Ach, sei doch ruhig! Du weißt genau, was ich sagen wollte. Dofi! Mann! Ich werde gemobbt! Merkt ihr das? Ja, aber du hast doch gesagt, ich soll dich vor Mädchen beschützen. Beschütz mich vor dir, bitte! Nee, warum? Ich bin doch lieb. Nein! Du nicht und jetzt können es die Zuschauer endlich sehen, wie böse du da bist. Wie sehen? Was sehen sie denn jetzt? Wir sehen bei dir halt, wie sehr du mich immer ärgerst. Was sehen sie denn da? Ja, jetzt gerade nicht. Ich war eine Mauer, um uns zu schützen. Jetzt gerade... Weißt du? Jetzt, hey, lass hier keine Diva raushängen. Dass du immer so lieb bist zu allen und so. Die Diva? Was hat denn das mit Diva zu tun? Sag mal, musst du denn hier das Wort auf die Goldwaage legen? Ja, schon. Also, wenn du redest, dann solltest du doch nachdenken, was du sagst. Sag mal, darf ich unter unser Raumschiff noch eine weitere Etage nach oben bauen oder machen wir das lieber oben? Ich habe irgendwie nicht so Lust, meine Maschinen hier draußen aufzubauen. Ich habe da so Sorge, aber letztes Mal war es auch so klein irgendwann im Keller. Also, unten oder oben? Aber diesmal ist ja kein Das da. Warum baue ich das? Ich habe Groud gemacht, Groud hergestellt. Es gibt einfach die Schmelze. Die ganzen Bauteile für die Schmelze, vollkommen umsonst. Kannst du mal eben die Quest abgeben? Ich hole mir doch die Steine von dir. Was für eine Quest? Guck mal, da ist einer in dem... Blick hier, to start. Genau, oben, getting started. Um rechts. Nicht McFit? Nicht McFit. Warum denn nicht? Was ist Miri? Das sind das Seat Bricks. Was ist Miri denn? Damit baue ich meine Mauer weiter. Hä? Nein? Hallo, mein Schatz. Hallo? Aua, stimmt. Ich habe da so schlecht springen. Gibst du mir? Seat Bricks? Da, bitteschön. Danke. Nein! Nein, Miri! Da, sammle doch die Blöcke auf, die da drin liegen. Warum? Ich habe Wassertropfen, oh je. Du hast was? Oh nein, ich habe Hunger. Durst. Oh, was los? Ich sprinte plötzlich. Miau. Das ist irgendwie... Werde ich im Sprung immer abgebremst. Warum? Weil der Sprung nicht lange noch hält oder so? Ich weiß es nicht so genau. Oh, als würde ich gegen eine Mauer springen? Oh ja. Und das ist also... Jetzt hatte ich es von der Laptop-Barriere... Oh, ein Creepy. 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 Wie pipi. Typ Creepy. Ich schalte es nicht reingekommen wäre. Kaputt gegangen. Ich brauche gerade dringend was zu trinken. Oh yeah, es hängt schon ziemlich schnell. Ich baue das dann nachher ab. Ich weiß aber nicht, ob wir was haben. Das wäre kacke, dann sterbe ich jetzt gleich. Du hast noch 86 Prozent. Das Wasser ist hier sehr langsam im Verbrauch. Haben wir noch was volles? Guck mal, ob da... Ich glaube, ich habe gesagt, das ist noch ein volles Kammelpack irgendwo. Da musst du dir halt in deine... Müsst du bauen. Ich weiß schon. Lala, lala, lala. Kann man das hier nicht auch? Äh, es ist... Ich komme da nicht drüber, Miri. Deine Mauer ist scheiße. Ja, ich weiß nicht. Am Anfang sind wir da drüber gekommen, aber irgendwie geht das nicht mehr. Habe ich dann dazu. Wie bist du da jetzt rüber gekommen? Ja, ich habe mich hochgebaut. Oh, ich habe es geschafft. Aber es ist knapp. Irgendwie ist der Sprung voll scheiße. Als würde ich gegen eine Mauer springen. Man springt so langsam. Ja, morgen früh laufe ich dann zum anderen Raumschiff. Irgendwie ist die vorbei. Ah, ne. Soll ich mitkommen? Hast du Angst alleine im Dunkeln? Aber es ist schon so spät. Ich bin nicht im Dunkeln. Äh, wartet mal eben. So. Also. Wo waren wir denn noch? Wir brauchen jetzt... Ich mache jetzt das Raumschiff unten weiter, ja? Mach das. Äh, darf ich eine Etage drunter bauen? Oder baue ich einfach seitlich in die Wände? Ich könnte auch einfach seitlich die... Wenn ich das fahren wegmachen. Genau, ich mache jetzt einfach hier in eine Richtung. Und da brauche ich die Schmelze rein. Alter. Gut, dass das auch gar nicht lange dauert. Nee. Nee. Ach, die gehen kaputt dabei. Das ist ja super. Okay. Du brauchst einen Ventilator. Ich hätte hier Ventilatoren. Hast du jetzt unsere Ventilatoren kaputt gemacht? Nein, die sind heil geblieben. Nur die Wände noch rum nicht. Ich vertrage das irgendwie nicht abgebaut zu werden. Ui. Nimm mich nicht! Das hat... Donut? Ich habe Angst. Das ist Donut. Wie viel Uhr ist es denn? Wie viel Uhr ist es? Ja. Ich habe hier keine Uhr in Minecraft. Du etwa? Ja, die Sonne. Ich bin im Keller. Wer von uns beiden ist nicht im Keller? Richtig. Bist du zum Lachen gegangen? Du verstehst schon. Nein, der Kleermäuse! Ich höre die ganze Zeit Fledermäuse. Ich auch, aber die sind hier drin genauso wie draußen irgendwie. Ja, eben. Ist das irgendein Fehler? Äh, nee. Oh, da hinten bildet sich schon wieder so ein Sturm. Oh, ich will nicht stundenlang den Klei abbauen. Da bin ich ja Jahre mit beschäftigt. Oh, du kannst mir den Klei nachher rausbringen für meine... Oder mir geben, wenn wir gleich schlafen gehen. Wie den Klei? Ja, für die Mauer. Die können wir ja nicht aus Holz bauen, weil hier ja anscheinend alles sofort anfängt zu brennen. Ach so, du willst den Klei... Ach so. Nö, hol deinen eigenen Scheiß. Ja, aber du brauchst ihn doch gar nicht. Ja doch, ich... Du musst die Schmelze bauen. Du musst Trinken machen. Du kannst dich mal ums Trinken kümmern. Das ist gar nicht so einfach, hier Trinken herzustellen. Kann man das nicht machen wie in Crash Landing? Nein, leider nicht. Warum nicht? Weil es nicht geht. Warum nicht? Weil es nicht geht. Im Moment geht es nur mit Leafsiders und so einen Scheiß. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Dann müssen wir ganz viele Bäume fällen, oder? Ja, wir brauchen Äpfel, Leder und Blätter. Leder? Dann gehst du Zombies töten und ich pflanze so lange Bäume. Ja, da lasse ich mich drauf ein. Knochen haben wir inzwischen genug, oder? Oder? Wir bauen mir. Ja. Ja, sollten wir. Und du hast ja auch diese Mega-Axt, die einen ganzen Baum fällt. Genau. Gut, dass das auch gar nicht Jahre dauert, wenn ich hier die Hülle ausnehme mit dieser Kackspitzhacke. Irgendwie macht das keinen Spaß. Das soll auch keinen Spaß machen. Wie? Wozu spiele ich denn Minecraft? Nicht aus Spaß. Nee. Aus Qual, oder was? Ernst. Das ist Ernst. Ernst. Das ist der Ernst. Der Herr Ernst, oder? Ja, ja, der Herr Ernst. Warum mache ich das eigentlich die ganze Zeit von außen in die Mauer? Das ist so... Egal. Ach, da liegt noch Holz? Holz? Was willst du denn mit Holz? Ja. Also ich hätte hier hartnett Clay. Braucht das einer? Und ich habe auch immerhin die Schere, womit du den Baum dann, die Blätter abbauen kannst. Haben ganz viele. Brauchen wir die auch für Mashed Leaves? Ja, leider ja. Vor allem brauchen wir Äpfel. Das ist viel schlimmer. Äpfel ist halt das Seltene. Huch! Was ist los? Diese blöden Türen, die einfach aufgehen. Ich finde sie gut. Dann kommen wenigstens einer... Nein! Nein, wurde nittet! Was ist kaputt gegangen? wurde nittet, Spitzhacke. Mining Level, wie kann ich die Reparator mitbauen? Ist eigentlich mein Hund? Ich weiß es nicht. Meiner heißt Deathbringer. Meiner auch zufälligerweise. Nee. Wenn ich den jetzt in die Fackel schubs, brennt er dann auch. Ich schubs ihn mal ein bisschen weg. Warum? Warum? Die Hunde brennen bestimmt auch in den Fackeln. Hier brennt alles in Fackeln. Ja, eben. Spinner. Nicht die Hunde töten. Heile gemacht. Was hast du gemacht? Ich habe meine Spitzhacke heile gemacht. Ich habe das bisher oben gehört. Sie war halt kaputt, ja? Da muss man sie auch heile machen. Ich weiß nicht mal mehr, wie man Bricks baut. Wie baute man den Bricks? Ah, die brannte man einfach. Okay. Gut. Haben wir draußen noch Erde rumstehen? Hey, hey, das ist meine Job. Hallo? Was willst du? Hier, da. Was hast du mir gegeben? Da, hart mit Clay. Ganz viel. Yay. Du wolltest das doch haben für die Mauer. Ja. Hey, mein Liebling, hast du gesagt? Ja, ich will. Haben wir noch Fackeln? Ich habe noch 19 Stück im Inventar. Willst du die Hälfte haben? Da. Die Kiste steht falsch rum. Hallo? Was hast du denn mit der armen Kiste getan? Was ist ein Fackeln? Oh, Entschuldigung. Die liegen das auf dem Boden. Siehst du die Kiste? Ja, warte, warte. Guck mal, die schämt sich und guckt weg. Heile gemacht. Nicht so ganz. Wieso? Bei mir schon. Guck. Ah, jetzt. Siehst du? Wie, nicht ganz. Ja, bei mir was? Ich weiß auch, wie ich eine Kiste heile mache. Glaubst du denn von mir? Nein, ich frage lieber nicht. Ah, da haben wir noch ein Dirt. Du kannst auch das Dirt hier unten wegnehmen, wo irgendwann mal Blumen drauf standen. Irgendwie hat sie ja vernichtet, die Blumen. Erinnerst du dich an die Person, die einfach die Blumen angezündet haben? Ich habe gar nichts gemacht. Doch, du hast die Blumen angezündet. Wie? Das kann man sogar im Video sehen. Oh nein, kann man leider noch nicht. Ja, ich habe sie nicht angezündet. Die haben einfach angefangen zu bringen. Ja, von alleine, aus dem Nichts. Ja, richtig. Das spinnt es wohl. Aber, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, ihr Lieben, das war es mit der heutigen Folge schon wieder von Blastdorf. Aber ich habe noch gar nichts Prototitives. Ja, meinst du? Ich habe das Protot... Naja, ich habe den Keller ausgelaufen. Ich habe kein Blast mit dem Zeppling. Wir hoffen trotzdem, euch hat das Ganze gefallen. Lasst ein Däufchen nach oben da. Schaut unbedingt jetzt bei der Miri vorbei, wenn ihr das Ganze halt aus einer anderen Perspektive sehen wollt. Ja, ist viel besser. Nein, es ist voll scheiße bei ihr. Boah, ich schlage dich gleich, aber dann greift mich dein Hund an. Wir hoffen trotzdem, euch hat es gefallen. Schaut unbedingt morgen wieder rein, wenn ihr wissen wollt. Ich hoffe, morgen. Also, wir schauen mal. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Haut rein, macht's gut und... Tschüss! Tschüss!